Hi, heute geht es um das Thema Lackieren. Du möchtest Camouflage selber lackieren? Dann zeige ich dir, wie du das mit der Sprühdose machen kannst, und zwar mit der neuen Serie von Duplicolo. Insgesamt habe ich hier acht verschiedene Farben und ich glaube, damit bekommst du so einiges am Mustern hin. Ich möchte dir zeigen, wie das Ganze geht. Ich habe mir nämlich anfangs auch die Frage gestellt, wie bekomme ich diesen Look hin? Gehe ich mit einer Sprühdose lang und sprühe so, klebe ich das irgendwie so ab und sprühe dann rüber? Es gibt verschiedene Wege, um ans Ziel zu kommen und davon zeige ich dir heute mal zwei. Ich würde sagen, nach dem Intro geht es los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Unser Testobjekt wird hier diese Metallflasche sein, denn die passt nämlich wunderbar zu meinem Bundeswehr-Rucksack und die möchte ich natürlich so ein bisschen passend lackieren. Es gibt jetzt hier acht unterschiedliche Dosen, die ich habe, da kommen wir später nochmal drauf zu. Und wenn du Videos suchst, wie du beispielsweise Kunststoff lackieren kannst, wie du Metall lackieren kannst oder Holz oder Hochglanz lackieren kannst, dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Da werde ich dir alle Videos dazu verlinken, denn das habe ich nämlich über die Jahre gemacht und ein paar Videos darüber erstellt. So, um diesen Camouflage-Look zu erzielen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist davon, es gibt solche Bögen und das sind so Klebebögen, da kannst du dir diese Flecken rausholen und kannst sie dann auf die Flasche kleben und Stück für Stück kannst du dann dieses Ziel dir lackieren oder sprühen oder du machst das Ganze selber. Und dazu nimmst du dir am besten ein sehr, sehr gutes Abklebeband. Ich habe jetzt hier FrogTape verwendet. Es gibt auch andere gute Hersteller, beispielsweise 3M. Ich hatte das des Letzten für mehrere Projekte gehabt. Und ja, ihr nehmt jetzt euch einfach so eine Schneidmatte, die eignet sich am besten. Und dann zieht ihr erstmal hier ein paar Bahnen. Schön, dass das Ganze immer so ein bisschen überlappt, dass ihr quasi eine Fläche habt. Im Anschluss nehmt ihr euch einen Filzstift oder ein Nährding und malt euch die Flecken, die ihr haben wollt, einfach auf. Ihr könnt natürlich jetzt ganz, ganz große malen oder kleine, so wie ihr möchtet. Da ist natürlich jetzt ein bisschen Geschicklichkeit gefragt. Und natürlich solltet ihr das Ganze so machen, dass das ja nicht so wirklich verschwenderisch ist. Also hier könnt ihr auch nochmal was malen. Und ich merke gerade, das ist gar nicht so einfach. Ihr könnt natürlich euch mal hier so ein Muster hinstellen und das versuchen so ein bisschen abzuskizzieren. So, das sollte jetzt erstmal genügen. Danach nehmt ihr euch ein Skalpell oder ein scharfes Cutter. und geht bei und schneidet das Ganze aus. Und das bedarf auch so ein bisschen Übung. Da habt ihr euch quasi so einen Sticker geschaffen. Zack. Und dann könnt ihr diesen jetzt auf die Flasche kleben. Zack. Falsch. Also, wir müssen die Flasche vorweg erstmal anrauen. Das heißt, wir nehmen jetzt ein Schleifvlies und rauen die ganze Oberfläche so ein bisschen an, da es ja Metall ist. Und dann ist es so, die Flasche ist ja jetzt lackiert. Wenn die jetzt blank wäre, müssten wir das Ganze nochmal mit einer Metallgrundierung grundieren. Und dann können wir erst loslegen mit dem Bekleben. Halt, stopp. Wir fangen jetzt nicht mit den Aufklebern an. Ich habe nämlich gerade einen Schritt übersprungen. Also, die Flasche ist jetzt gereinigt. Die ist fettfrei. Wir stopfen jetzt hier einfach mal einen alten Lappen rein. Denn wir wollen ja nicht, dass der Inhalt der Flasche mit Sprühnebel ausgesetzt wird. So. Und jetzt lackieren wir die Flasche erstmal mit dem hellsten Farbton. Das heißt, wenn du jetzt deinen Camouflage-Look sehr dunkel gestalten willst, dann nimmst du einfach diesen hellsten Ton von deinen dunklen Dosen, die du jetzt verwenden möchtest. Ich möchte mich einmal querbeet durchsprühen, bzw. ich nehme jetzt mal, was nehme ich denn? Ich nehme einmal das hier, einmal das hier, einmal dieses helle und das braune. Ich nehme jetzt mal diese vier Dosen hier. Und wir fangen mit den hellsten an. Das ist nämlich dieser Ton hier. Ich weiß jetzt leider die Farben nicht, aber die stehen auch drauf, bzw. ich werde euch die mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und beim Lackieren solltet ihr natürlich zwei Dinge beachten. Einmal eine Atemschutzmaske zu tragen. Das Zweite, das Ganze in gut belüfteten Räumen zu machen, wenn nicht sogar draußen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Dann tragt ihr ganz sachte in Abstand von 20 bis 30 Zentimeter die Farbe auf. Weniger ist hierbei mehr. Lasst das Ganze mal kurz ablüften für eine halbe Stunde. Und dann könnt ihr das Ganze nochmal auftragen, bis ihr mit der Farbschicht zufrieden seid. So, könnt ihr mir die theoretisch lassen? Nein, das ist einfach nur die Grundbasis. So, und jetzt habe ich mich dafür entschieden, ich will das Ganze mal mit diesen Aufklebern machen. Es gibt es hier in diesem Bogen, den verlinke ich dir übrigens unten in der Videobeschreibung, gibt es, also in diesem Zelt gibt es drei verschiedene Größen, so wie ich sehe. Ich werde jetzt mal, ja, was werde ich machen? Man kann jetzt unterschiedlich, ich nehme jetzt mal die mittlere Größe hier. Ja, und hierbei ist es ganz, ganz wichtig, dass die Aufkleber wirklich anliegen. Ansonsten habt ihr nachher eine unscharfe Kante, das sieht ja nicht so schön aus. Und, dass natürlich die Flasche, beziehungsweise den Lack, den wir jetzt hier aufgetragen haben, dass der komplett durchgehärtet ist. Denn wir wollen ja nicht, dass wir nachher den Aufkleber abziehen und am Ende den Lack mit runterziehen. Deswegen sollte der komplett durchgehärtet und trocken sein. Und das Tolle ist jetzt, was ich mich auch anfangs gefragt habe, ich versuche mal so ein kleines Muster reinzumachen, ist, wie sieht denn das Muster am Ende aus? Das ist so ein Überraschungsding, das siehst du nämlich am Ende gar nicht. Das kannst du jetzt gar nicht so richtig bestimmen. Denn alles, was ich jetzt hier abklebe, wird nachher beige sein. Und am Ende habe ich mich nochmal am Skapell dran getraut und habe mir so ein paar Camouflage-Muster selber hergestellt. Die haben am Anfang des Videos schon erwähnt. Und so sieht das ganze Muster aus. Das ist jetzt hier eine Metallplatte. Und ja, wenn man größere Flächen abkleben möchte oder abdecken möchte, ist das wirklich eine sehr, sehr feine Sache. Und mein Flashchain sieht jetzt so aus. Richtig cool gelungen. Man sieht natürlich jetzt hier viel beige, weil ich am Anfang sehr, sehr viel beige abgeklebt habe. Ihr könnt natürlich auch beige weglassen oder das minimieren und weniger Sticker draufkleben und vielleicht ein bisschen mehr Grün. Das ist dann euch selbst überlassen. Auf jeden Fall hat das Ganze sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ihr müsst aber bedenken, gibt den Ganzen wirklich Zeit. Das heißt, wenn ihr eine Farbe auftragt, lasst bitte dazwischen einen Tag Trockenszeit. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten kriegt ihr nachher ein böses Überraschen. So, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Handwerker-Daumen nach oben da. Hier sind die nächsten zwei Videos. Vielleicht sind sie auch für dich interessant. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Jeden Freitag um 19 Uhr kommt ein neues Video von mir raus. Demnächst werde ich mich nämlich dran machen an Fenster und Türen und Rollläden. Da geht es nämlich um das Thema Wartung. Ja, alles zum Thema Handwerk. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Vielen Dank.